Ein kleines Update vom Projektgelände OpenEcolab Bliefensdorf. Also wir haben die Werkstatt soweit vorbereitet, das heißt es kann hier an die Boden an Masse gehen. Wir brauchen euch natürlich hier am 22. soll es losgehen mit der Arbeitsphase. Wir haben die Arbeitsplanung soweit vorbereitet, wir haben viel besorgt, viel angeschaut, was wir alles tun können. Es gibt unglaublich viel an Listen und Dingen. Wir werden euch das alles erklären, wenn ihr hier seid. Für die Anfahrt vielleicht noch wichtig, momentan ist der Parkplatz gesperrt, der vorne immer zum Trampenideal geeignet war. Es gibt aber alternative Möglichkeiten, wendet euch an Max dafür. Der Bliefensdorf Sandbergweg 7 ist übrigens die Adresse bei Google Maps, auch wenn wir momentan eigentlich unter der 5a stehen. Dort müsst ihr hin, das versuchen wir auch gerade zu ändern. Ansonsten gibt es hier natürlich neben der Werkstatt auch noch im Haus eine ganze Menge zu tun, von Wände streichen bis Zimmer einrichten, das Office aufbauen und so weiter. Wir haben super viel vorbereitet, aber es ist noch längst nicht alles getan. Wer sich also mit Türen einbauen auskennt oder mit der Elektrik unbedingt herkommt, wir brauchen euch hier. Ansonsten gibt es auch Dinge zu tun, da muss man nicht unbedingt viel Vorwissen haben. Im Moment sind alle Kundenberater im Gespräch. Bitte warten Sie. Also das geht von Steine sortieren bis wie gesagt Wände streichen und einfach nur einmal durchs ganze Haus wirbeln und alles in Ordnung bringen. Wir wollen eine Dusche aufbauen und ein paar Leitungen legen. Nutzt die Gelegenheit, kommt euch auch hier vorbei, um euch das anzuschauen, aber es geht wirklich vom 22. bis zum 31. August in erster Linie darum, so viel wir können zu schaffen, damit die Werkstatt am Ende des Jahres steht. Natürlich wird es dann in die nächste Phase gehen. Wir haben wie gesagt Ende September die zweite Arbeitsphase. Das heißt auch dann geht der nahtlose Übergang in die Vorbereitung dazu über. Wer also ein bisschen später kommen möchte, kann das auch gerne tun. Hier gibt es alle Hände voll zu tun. Ja, ich will gar nicht weiter lange erzählen. Ein paar Impressionen gebe ich euch jetzt vielleicht noch mit, was wir hier in den letzten Tagen so gemacht haben. Ansonsten schaut hier rein, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Oh, bevor ich das vergesse, Anfahrt habe ich genannt, ja, aber es geht auch darum, was mitgebracht werden sollte, ja. Stellt euch vor, wir haben hier 10, 20 Leute. Das wird schwierig, dann alles mit unseren jetzigen Matratzen und so weiter auszustatten. Bringt also Zelt, Isomatte, Dinge mit. Ihr könnt zelten, müsst ihr nicht, auch im Hausesplatz, aber bringt auf jeden Fall Isomatte und Schlafzack mit oder Bettzeug. Handtücher und ähnliche Dinge ebenfalls für Essen und Verpflegung ist gesorgt. Klar könnt ihr euch auch an größeren Dingen austoben, wie dem Gesamtkonzept oder der Solaranlage auf dem Dach. Ihr seht hier im Hintergrund schön, das ist perfekt geeignet. Aber denkt daran, wir befinden uns noch im Aufbau, das heißt hier sind noch etwas Basis-Ausstattungsmöglichkeiten nur dort. Wer etwas mitbringen möchte, bitte an Max wenden. Genauso für die Anfahrt, ähnliche Dinge, regelt das über die Gruppe Bliefensdorf in Telegram. Ansonsten, ja, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nichts weiter, außer dass es jetzt bald losgeht und ich freue mich richtig auf dieses Jahr. Hoffentlich schaffen wir ein gutes Stück vorwärts, sodass wir ein Vorzeigeprojekt hier in Deutschland endlich haben für Open Source Ecology. Und in diesem Sinne, einen schönen Tag euch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017